Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Und Männer überhaupt jeden Tag davon träumen, die Weltherrschaft zu übernehmen, aber sich bei jedem Schnupfen mit Big Medi Night zum Sterben ins Bett legen, das sind die Männer, die wir heute haben. Ja. Und es ist ja...